so jetzt mal zum vergleich das sind sie das hat ja 21 vorne hinter 19 zum vergleich das vom sonemann 19 17 und das mit pitbike kit von der höhe her schon cool geht schon einiges runter aber eben auch ich habe die dämpfer auch gut zugemacht also es sagt gar nicht so stark ein bremsen sind auch 200 scheiben vom pitbike abgeändert im prinzip circa 20 minuten mit so einem böckle wie ich unten im keller habe hat man das ding reingepflanzt das geht eigentlich sehr schnell und das ist eigentlich auch der hintergrund von uns wir wollten das im prinzip so machen dass die mal das pitbike der verbrenner der steht ja im prinzip nur im eck rum und so hast du dann im prinzip eine suchung wo du auf der straße fahren kannst und wenn du auf der strecke heizen willst auch die kleine rädchen rein und das ding ist ja im prinzip dann von der höhe her wie ein pitbike ja gut nachher gleich mal probieren